Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wisst ihr was? Ich habe mich rat, eingekackt, ihr habt es schon, das ist mir total egal. Nehm' mich jetzt auf, wenn ich stinke, denn sonst war ich winke, winke und gut bei. Denn dort drüben auf dem Sofa ist auch schon der Post-Ferokar für mich frei. Schreib' mir bitte keine Riebe, nehm' mich jetzt auf, wenn ich miete wie ein Aal. Einer frisch verdiebten Nase sind gelegentliche Aase ganz egal. Nie, 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 nie. Sagt euch über den Karaka gar nichts aus? Eingekackt? Wie kann das sein? Sag' ich euch. Das ist ganz leicht. Mutig ist. Wer durch allen hat und trotz dem Wurst, genauso wie ich, nehm' mich jetzt auf, wenn ich stinke, denn sonst war ich winke, winke und gut bei. Denn dort drüben auf dem Sofa ist auch schon der Post-Ferokar für mich frei. Schreib' mir bitte keine Riebe, nehm' mich jetzt auf, wenn ich miete wie ein Aal. Einer frisch verdiebten Nase sind gelegentliche Aase ganz egal. Nie, 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 nie. Sagt euch über die Kanzlerin gar nichts aus? Nehm' mich jetzt auf, wenn ich winke, denn sonst sag' ich stinke, stinke und gut bei. Denn dort drüben auf dem Sofa ist auch schon der Post-Ferokar für mich frei. Was könnt' ich denn jetzt noch sagen? Wo sind denn die ganzen Fragen von Läppleut? Dirkma Gabriel will was essen, akronieren, nicht KG-SR Missgeburt. Nie, 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 nie. Fertig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020